Nachhaltigkeit spielt eine sehr große Rolle. Das merken wir auch an den Kunden, dass die eben da auch immer nachfragen, sind die Zitronen-Bio, verwenden wir gute Produkte. Wir kaufen keinen Kaffee, wo Glyphosat auf den Pflanzungen ist. Eigentlich ist es so wie ein Weinhändler, der seine Weingüter sucht und sagt, okay, das kann ich gut verkaufen, weil das gut ist, so suchen wir auch und schauen, dass Leute sich wirklich mit dem Thema beschäftigen. Wir gehen da auch mit der Technik Zero Waste ran, indem wir zum Beispiel statt nur den Saft der Zitrone die ganze Zitrone verwenden, indem wir auch die Schalen verwenden. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade unsere kompletten Verpackungsmaterialien umgestellt auf nachhaltige Materialien, beziehungsweise geht es weiter bei den Röstmaschinen. Unsere Röstmaschinen haben alle Katalysatoren. Viele Startups haben ein tolles Produkt, eine tolle Idee, aber im Vertrieb, da fehlt es. Am Anfang kriegst du eine Pufferzone, die sagen auch, wir investieren ein halbes Jahr, ein Jahr, wir schauen uns das Ganze an, aber irgendwann ist es egal, wie sympathisch du bist und wie toll der Name auf deiner Flasche ist, wenn das nicht verkauft wird, dann bist du raus. Ganz einfach. Dass Specialty Coffee oder diese Qualitätscafés in so einer Menge bereits nachgefragt werden, dass der ganze Markt tritt aus der Nische heraus, Qualität ist einfach wirklich die Zukunft. Und das Gute an dieser Entwicklung ist natürlich dann auch für die Farmer im Ursprung, weil je mehr hohe Qualität nachgefragt wird, umso bessere Preise und Arbeitsbedingungen haben sie auch im Ursprung. Trendgerade ist, weniger ist mehr, weniger Inhaltsstoffe in Getränken, mehr Geschmack und mein Tipp dafür ist, die Organics-Reihe von Red Bull, die komplett bio herstellt. Ich freue mich natürlich sehr auf die InterNorga, Gastronomie und Hotels kommen dahin und man hat da die Chance, sich zu präsentieren, sich vorzustellen. Einfach ein super Überblick, natürlich für Networking super, man trifft alle.